Herzlich willkommen bei den DHV News. In Hessen tobt die Debatte um die Liberalisierung der Cannabis-Politik weiter. Ich war ja vor kurzem bei einer Anhörung der FDP-Fraktion in Niedersachsen, die auch angekündigt haben, dass sie da jetzt weitere Schritte gehen wollen. Und tatsächlich, sie haben Anträge eingebracht. Es sind auch noch andere Anträge im Parlament, die noch zu besprechen sind. Und mal wieder nur die CDU ist dagegen, irgendwelche Liberalisierungsschritte zu Cannabis zu gehen. Die sind da quasi allein auf weiter Flur. Allerdings sind sie auch in der Regierung als der größere Koalitionspartner, zusammen mit den Grünen, die ebenfalls für die Legalisierung sind. Und die komplette Opposition aus SPD, Linken und FDP wünschen sich weitere Schritte Richtung Liberalisierung. Und die FDP hat jetzt einen Kompromissvorschlag vorgelegt, von dem sie meint, dass die CDU damit wahrscheinlich leben kann. Und zwar ein Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe, zum Beispiel in Frankfurt. Was ja gut passt, denn da haben wir schon einen Stadtteilbeirat, der tatsächlich schon beschlossen hat, ein Modellprojekt machen zu wollen. Wenn die Landesregierung sich da also jetzt dahinter stellen würde und sagen, okay, dieser Ortsbeirat, dieser Teil von Frankfurt darf ein Modellprojekt machen, würde das gut zusammenpassen. Und die FDP-Fraktion hat als Kompromiss eben mit eingebracht, dass besonderes Augenmerk auf Jugendschutz gelegt werden soll. Also für einen Kompromissvorschlag ein sehr weitgehender Vorschlag. Schwer vorstellbar einerseits, dass die CDU da mitmacht. Andererseits muss die CDU eben auch mal feststellen, dass sie tatsächlich alleine dasteht mit ihrer extrem repressiven Cannabis-Politik in Hessen. Und wer weiß, vielleicht schließt sich das Land ja doch einer Initiative, zum Beispiel aus Bremen an, um solche Modellprojekte zu erleichtern. Das hat Bremen ja angekündigt, dass die Länder demnächst selbst über Modellprojekte entscheiden können und nicht das Bundesinstitut für Arzneimittel. Das würde die Sache auf jeden Fall wesentlich erleichtern. Und wo wir gerade dabei sind, ein weiteres Plädoyer für die strenge Regulierung des Cannabis-Marktes unter Berücksichtigung des Jugendschutzes kommt von der Arbeiterwohlfahrt. Die AWO betreibt selbst einige Suchtberatungsstellen, kommt also vom Fach. Trotzdem ist es wieder ein gutes, schönes Zeichen, dass ein großer Player mehr sich ganz klar für die Legalisierung ausspricht. Oder sie sprechen lieber von der Regulierung des Cannabis-Marktes mit Fachgeschäften, Werbeverbot, Jugendschutz, Verkauf ab 18 und so weiter. Die lauter sinnvolle Maßnahmen, die wir zum größten Teil als Handverband ja auch fordern. Und es macht schon Spaß zu sehen, wie die ganze Bewegung immer breiter wird, so wie wir das in den USA auch sehen, dass da Bürgerrechtsbewegungen zum Beispiel jetzt mit reingehen und diverse Player, die nicht jetzt ursprünglich aus der Legalize-Szene kommen, aber viel gesellschaftliches Gewicht haben. Also ein Daumen hoch für die Arbeiterwohlfahrt. Die sind auf unserer Seite jetzt. Gehen wir ins Ausland. Interessante Nachricht aus Kanada kann ich vermelden. Und zwar gab es da eine Meinungsumfrage und fast 70% der Bevölkerung in Kanada sind für die Legalisierung von Cannabis. 69% genau gesagt. Und nur 26% sind dagegen. Der Rest ist unentschieden. Also eine deutliche Mehrheit, wie wir sie kaum bei irgendwelchen anderen Umfragen jemals gesehen haben bisher im Bereich von ganzen Nationalstaaten. Ein riesen Rückenwind für die Regierung in Kanada, die ja die Legalisierung angekündigt hat. Und gleichzeitig kam die Nachricht, die Regierung hat eine Task Force eingerichtet, also ein Expertengremium, das jetzt mit allen möglichen Leuten sprechen soll. Also Suchberatung, Polizei, Legalisierer und so weiter. Und am Ende ein Legalisierungsgesetz vorlegen soll, das dann zur Abstimmung im Frühjahr 2017 ins Parlament eingebracht werden soll. Jamaika. Meine Lieblingsnachricht für heute. Jamaika will Cannabis-Kiosks einrichten für Touristen, direkt am Flughafen und an den großen Häfen. Klingt erstmal nach dem Paradies, aber offiziell ist es so, es geht um Cannabis als Medizin. Aber in erster Linie geht es um Leute, die ihre Genehmigung schon mitbringen, die aus ihrem Nationalstaat, zum Beispiel Deutschland, so eine Genehmigung vom Bfam haben. Ich bin Cannabis-Patient, die können dann gleich am Flughafen, am Kiosk was kaufen. Was ist aber mit all den Kranken, die noch keine Genehmigung haben? Die können dann am Flughafen per Selbstdeklaration sich von den Mitarbeitern dieser Kiosks eine solche Genehmigung ausstellen lassen. Ja, das ist natürlich eine sehr liberale Regelung und vermutlich werden jetzt ganz viele kranke Leute nach Jamaika fahren und ihre Medizin da in aller Ruhe im Urlaub einnehmen. Das passt zum Trend einerseits, was Jamaika angeht. Die haben schon lange diverse Liberalisierungsschritte durchgezogen, nachdem sie jahrzehntelang ja auch ein repressives System hatten, trotz ihrer ausufernden Cannabiskultur. Mittlerweile haben sie aber schon den Gebrauch zu medizinischen Zwecken und auch zu religiösen Zwecken, Stichwort Rastafari-Bewegung, legalisiert und auch den Anbau und so weiter. Und auch für Touristen ist der Besitz geringer Mengen jetzt schon nur noch ein Bußgeld wert und keine Straftat. Aber jetzt werden wahrscheinlich viele Touristen krank werden. Guerillagrohing, die letzte inhaltliche Meldung für heute und zwar ein weiterer Cannabis-Anbauskandal aus Mühldorf. Mühldorf. Es sind Hanfpflanzen am Stadtplatz in Mühldorf gesichtet worden, wie das Wochenblatt berichtet. Zuverlässige Quellen berichten mir außerdem, dass der Skandal noch wesentlich weiter um sich greift. Nicht nur am Stadtplatz, sondern im ganzen Stadtgebiet oder Dorfgebiet. Ich weiß nicht genau, wie groß Mühldorf ist. Und die Information über diesen Skandal und diese Gefahr durch Nutzhanfpflanzen in freier Wildbahn verbreitet sich massiv über die sozialen Medien. Und ähnlich in vollem Run ist auch die Mutter aller Guerillagrohing-Aktionen in Göttingen mal wieder, wo einige autonome Blumenkinder große Mengen Samen verteilt haben. Und die Grüne Jugend jetzt wieder einen Fotowettbewerb hat. Und Hanf in Göttingen 2016, schon über 100 Fotos von Hanfpflanzen aus dem Stadtgebiet sind da eingegangen. Die könnt ihr euch ansehen auf der Seite der Grünen Jugend. Und gleichzeitig fordert die Grüne Jugend auch, das Thema Legalisierung auch im Kommunalwahlkampf zum Thema zu machen. Und sie fordern, dass Göttingen ebenfalls ein Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe einrichten soll. Also Guerilla auf dem Vormarsch. Einen letzten Termin habe ich einen einzigen, und zwar eine Exkursion im Hanflabyrinth in Launsbach. Am Sonntag, den 10. Juli um 17 Uhr, ich glaube zwei Stunden, soll es gehen zum Thema Hanf und Nutzpflanze. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Eine irre Geschichte über einen dollen Polizeieinsatz muss ich euch unbedingt noch erzählen. In Landau in der Pfalz hat sich das abgespielt. Am Schwanenweiher wurden zwei Jugendliche kontrolliert, ein 16- und ein 17-Jähriger. Einer von beiden gibt es ein Töckchen.